Alex, der BU-Kontroller eines großen Fertigungsunternehmens, prüft die Quartalsergebnisse seines Geschäftsbereichs. Plötzlich fällt ihm im Ergebnisbericht ein ungewöhnlich hoher Kostenblock namens Preisabweichung auf, welcher unter den Herstellkosten ausgewiesen wird. Im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorquartale bemerkt Alex einen Trend. Mit jedem Quartal steigen die Preisabweichungen um ca. 5%. Er fragt sich, was könnte der Grund für diesen Trend sein und was genau steckt hinter diesen rätselhaften Zahlen? Um die Preisabweichung aufzuklären, setzt Alex eine Besprechung mit seinen Kollegen aus dem Einkaufs- und Produktionscontrolling an. Weiß jemand von euch, was sich hinter diesen Zahlen verbirgt? Haben bestimmte Produkte diese hohen Preisabweichung verursacht und können wir jetzt etwas dagegen unternehmen? Haben wir bereits den Punkt erreicht, an dem wir beginnen müssen, unsere Verkaufspreise zu erhöhen, um diese Mehrkosten auszugleichen? Robert, ein Produktionskontroller, antwortet als erster. Aufgrund von Mengen mussten wir einige Arbeitsschritte an Zwischenprodukten wiederholen. Dies könnte der Grund für Produktionsabweichungen in meinem Werk sein. Leider kann ich dir nicht sagen, um welche Endprodukte es sich handelt, da unser SAP-System uns diese Informationen nicht liefert. Emilia, die Einkaufskontrollerin, ergänzt. Wir hatten Schwankungen bei den Einkaufspreisen unserer Rohstoffe. Ich kann dir sagen, welche Lieferanten und Rohstoffe betroffen waren. Ich habe jedoch keine Möglichkeit, sie mit unseren Endprodukten zu verbinden. Bert, ein Werkscontroller, schlägt vor, SAP-Experten hinzuzuziehen. Vielleicht können Sie uns dabei helfen, diese Informationen aus dem System abzurufen. Unmittelbar nach dem Treffen ruft Bert Michael an, ein Experten für SAP-Rechnungswesen und Controlling. Michael, kannst du mir sagen, wie wir herausfinden können, welche Produkte genau von Preisabweichungen in Einkauf und Produktion betroffen waren? Michael antwortet, Bert, ich fürchte, du kannst diese Informationen nicht leicht herausfinden, da eure Produktionskosten aktuell nur Standardkosten ohne Abweichung enthalten. Aber schau mal, es gibt da eine Lösung. SAP Material Ledger. Sie kann bei der Zuordnung aller Abweichungen zu Produktkosten, Ware in Arbeit und Beständen helfen. Lass mich euch erklären, wie es funktioniert. Derzeit sind die Kosten eurer Produkte die Summe der Standardkosten für Rohstoffe und Arbeitskräfte. Nehmen wir an, dass die Standardmaterialkosten für die Herstellung einer einzelnen Schublade 1 plus 2 plus 3 gleich 6 Euro betragen und für einen Schrank mit 6 Schubladen 36 Euro. Die Arbeitskosten betragen 140 Euro. Das sind 6 mal 20 Euro je Schublade plus 20 Euro für die Schrankmontage. Also, die Standardkosten für einen Schrank betragen insgesamt 176 Euro. Wenn Kaufpreise für Rohstoffe vom Standardpreis abweichen, wird diese Abweichung nicht den Halb- und Fertigerzeugnissen zugeordnet. Die Geschäftsbereichergebnisse zeigen die Produktkosten zum Standardpreis von 176 Euro an und die Abweichungen werden unterhalb der Produktmargen als nicht zugewiesen angezeigt. Mit Materialedger Istkostenkalkulation werden die Einkaufspreisabweichungen Halb- und Fertigerzeugnissen zugeordnet. Das gleiche passiert, wenn Unregelmäßigkeiten in der Produktion auftreten. Die Produktkosten werden unter Berücksichtigung alle Abweichungen neu berechnet und als Istkosten im Ergebnisbericht auf der Produktebene angezeigt. Fassen wir zusammen. Mit der Materialedger Istkostenkalkulation werden Abweichungen den Produkten zugeordnet. Die Bruttomarge beinhaltet alle direkten Istkosten. Abweichungen können einfach analysiert und mit Hilfe von Materialedger Berichten direkt zur Quelle verfolgt werden. Alex ist begeistert. Dies ist genau die Lösung, nach der er gesucht hat. Sie wird ihm helfen, weitaus mehr Transparenz in die Kosten zu bringen und seine Geschäftsbereichergebnisse zu verbessern. So, wie es der Wichter-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-Generes-